Hallo und willkommen bei der WM 2018. Wolf Fuss und Frank Buschmann sind ihre Kommentatoren heute bei diesem ersten Vorrundenspiel. Wo wir gleich mal beobachten werden, wie diese beiden Teams reinkommen ins Turnier. Ob sie die durchaus hohen Erwartungen erfüllen können, wird kein leichtes Spiel. Gerade auch bei dieser lautstarken Kulisse. Heute sehen wir die DFB 11 gegen Mexiko. Nummer 13, Thomas Müller. Nummer 7, Julian Draxler. Und Nummer 10, Mesut Ozil. Nummer 8, Julian Draxler. 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 das ist die stadion hat schon einige highlights erlebt muschina die scorpions sind hier mal aufgetreten 1989 war das wind of change wer erinnert sich nicht und sogar ein eishockey wm finale gab es hier das war 1957 das ist die heutige aufstellung der deutschen mannschaft wir sehen bei ihnen heute 1451 aber offensiv ausgerichtet und entsprechend stehen die mittelfeldspieler vergleichsweise hoch können so variabel attackieren also da ist es egal dass der nominell nur eine spitze dabei ist da sehen wir die heutige aufstellung von mexiko schauen wir uns mal ihre formation an sie werden in diesem 433 die flügelstürmer draußen eng an der linie halten und dann versuchen die bälle scharf einzubringen wunder von bern schmach von cordoba und 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 die spiele der nationalmannschaft haben häufig historische bedeutung und da ist es ja ganz spannend ob man sich in 50 jahren auch an die spiele der heutigen zeit so zurück erinnern wird also ich kann mir schon vorstellen das halbfinale der wm 2040 das kann so ein status erreicht angriff der mexikaner da ärgern sie sich ballverlust da ärgern sie sich ballverlust erwinner sano da gewinnt er den zweikampf wie sieht eine analyse dieser gruppe aus buschi wer wird sich hier durchsetzen da die gastgeber sehe ich vorne in dieser gruppe aber das müssen sie dann heute auch gleich zeigen jetzt schicciarito das könnte die chance werden da holt er den ball zurück das war einfach und er hat den ball klasse zu spiel jetzt wird gefährlich für die mutter machen so geht er gleich gut los hier frühes tor das wird interessant hier und hier aus kurzer entfernung ganz sichere nummer das war aber dann am ende auch keine große aufgabe mehr bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die chance Jogi Löw hat hier allen grund sich zu freuen das tor ist natürlich auch ein ergebnis seiner taktischen vorgaben er freut sich über diesen führungstreffer deutschland hier also mit der führung das ist jesus molina mexiko kommt jetzt vielleicht wichtige aktion nun groß ich weiß nicht der schuss hier wohl eher die falsche entscheidung geschickt ja zumindest völlig überhastet denke das zuspiel wäre besser gewesen und der ball geht ja meilenweit vorbei und nun gedira draxler jetzt die deutsche mannschaft da kommt die hereingabe das sah gefährlicher aus aber der ball ist erst mal weg den eckstoß tritt toni groß wir sehen ganz stark abgeblockt die deutsche mannschaft mit dem einwurf und nun wo er denn hektor draxler super gemacht guter steil pass da kommt der schuss der ball ist drin vom pfosten geht der ball ins tor buschi eine frage auf diese zeitlupe absicht oder glück von beiden etwas wolf auf jeden fall kommt der ball am ende so präzise dass es da nichts zu halten gibt das 2 0 führung ausgebaut mal sehen ob sie so weitermachen super dazwischen gegangen chicharito und jetzt geht ihrer wird gut dazwischen weg ist der ball jetzt könnte gefährlich werden jetzt kann aus welcher und das ist der ballverlust chicharito und die gelegenheit das ist natürlich schwach ganz klar war ein harmloser ball und der trainer ist stinksauer die dfb 11 greift hier an drachsler den hält er völlig ohne probleme eckball den wird toni groß reinbringen er zieht ab abstoß bei özil klappt fast alles richtig gutes spiel des nationalspielers er hatte hier schon einige gute szenen also mit dem haben sie wirklich richtig große probleme das könnte der gelegenheit werden res paula guida reguläre spielzeit ist vorbei drei minuten nach spielzeit packen der unparteiische noch oben drauf klasse aktion ball ist weg für sie mit dem ball am fuß richtung gegnerisch das tor den held und schon natürlich so frank buschmann passiert hier noch was nein wolf fuß das kann ich mir kaum vorstellen doch schon eine deutliche führung in diesem ersten wm vorrunden spiel die geschichte sind so jetzt gehen wir also wieder rein in dieses wm-spiel schiedsrichter pfeift den zweiten durchgang an das hat uns bisher sehr viel spaß gemacht dieses spiel und ich bin sicher dass wir zu weitergehen das könnte gefährlich werden flanke auf müller da ist das tor tor für die deutsche nationalmannschaft fast schon klar wer es gemacht hat thomas müller einfach nur überragt also da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem tor die flanke war lang unterwegs aber auch sehr gut reingebracht und da fällt der abschuss leicht klasse gemacht hier kommt also noch mal der kopfballtreffer ja so macht man das da stimmen einfach die abläufe wie man hier noch mal deutlich erkennen kann und der gegner strahlt nicht mehr allzu viel gefahr aus ich denke das ding ist durch nun salcedo res jesus molina angriff der mexikaner der ball fliegt über das tor dabei sah der schuss zunächst ganz ordentlich aus gedira thomas müller was thomas müller so einzigartig macht ist er seine eigenart fast immer die riesen schoss für müller tor für deutschland seit seinem treffer strotzt er nur so vor selbstvertrauen und jetzt hat er den doppelpack noch mal der treffer diesmal aus einer anderen perspektive ganz entspannte minen auch am spielfeldrand die deutliche führung er weiß das müsste es in dieser partie eigentlich sein der angriff sah gut aus aber dann kommt doch noch ein gegenspieler dazwischen super einsatz da kann er ihn stoppen jetzt höhsel werner jetzt carlos wehler jetzt sind das alleine mit allen auf immer noch gefährlich unglaublich was für eine parade den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle reflex jetzt will er noch mal neue impulse setzen zwei neue spieler kommen da kommt die ecke dem müssen sie jetzt abhaken ja kein guter kopfball harmlos raxler paula guida nun chicherito fängt diesen ball ab deutschland mit drang nach vorne herr noch sind hier zwanzig minuten zu absolvieren chicherito mexiko kommt chicherito guter pass das könnte schock werden raxler das deutsche team jetzt mit platz auf dem flügel werner weil es weg aber geht da noch was die deutsche mannschaft mit dem einwurf wechsel bei mexiko hektor ballverlust abgefangen gut gemacht da wäre jetzt viel platz für den konter das war nix der schuss geht deutlich drüber das war nix der schuss geht deutlich drüber jetzt kann es gefährlich werden guardado gut gespielt ist das die chance das ist gut verteidigt özil werner da holt er den ball zurück nur noch vier minuten in der regulären spielzeit jetzt müssen sie aufpassen drei minuten nachspielzeit kriegen wir die defensive steht guardado jimenez müller am ball so das ist der schlusswilf das spiel ist aus ein souveräner sieg heute sie waren über die gesamte spielzeit das bessere team gar wolf deswegen nicht einen überzeugenden auftritt was mich interessieren würde wie hast du thomas müller heute gesehen ganz toll also überragend hat mich total überzeugt und das liegt nur wegen der beiden treffer auf auch es wir auch